WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Ich chase den. Hey Miki, miki ist gebrochen. Miki auch noch Mute. Oh mein Gott, ich hab's. Ich hab das MG sogar jetzt in Lila. Ist der Typ ganz oben gewesen oder was? Beinahe, ja. Drei Gulags, drei Gulags. Das kann nicht wahr sein. Digga, du bist so äh... Es gibt jetzt eine goldene Cold for MP5 auf dem Boden. Niki gebrochen. Niki, der erste Gulag ist der wichtigste, oder? Das weißt du doch. Da sind zwei FFR-Varianten auf dem Boden. Ach, der taktische Boss im neuen Gulag. Habt ihr das gesehen? Dann machen wir mal beim Heli da, wo ich bin. Mach mal hier die Lupe ansonsten. Kann so nicht in die neue Season starten mit einem Bruch. Das kann nicht sein. Bitte kauft mich, ich bin ne Katze. Ja, du wirst direkt reingebracht. Ich bin auch tot. Du kannst selber nicht die Lupe machen. Wurde FFR-Schläge gemacht, weiß das jemand? Weil meistens die Waffen, die auf dem Boden liegen, sind auch wieder stärker. Und die war echt raschhaft. Ich geh an Steuern. Höhe a peu. Höhe a peu. Höhe a peu. Wo ist der denn? Oder bist du ja ein ganz schlauer, oder was? Mach den Fenner einen bisschen. Mit dem Christa. Mit dem Mergo, Mergo 96. das war ja das ist xxl motorrad da ist das da ist es da ist es ist so okay ich schieße gleich einmal nicht hier weg bin schieße ich einmal damit das ist ja also auf jeden fall bis ich halt dann patschen weil es wirklich viel zu stark und genau dieses video das gerade gesagt hat das ist viel zu stark das zu dieses intro vom youtube video mit den 500.000 meter neue season entdeckt das ist ein mg auf dem truck oder bin ich komplett tot und so was ist das wir die haben geschützturm ja das geschützturm guck dir den an wie er darum und ich mache jetzt den hero ok man muss immer ein bisschen was zurücklassen so scheiße die darum fahren komplett wahnsinnig wenn man was die bei station ab was ist das bitte fahrt weg jetzt ist mein zeitfenster gekommen moment das zeitfenster ich habe auch nicht gesehen ich werde nie wieder motorrad fahren in dem game das ist das größte drecks motorrad was ich werde nie wieder motorrad fahren in dem game das ist das größte drecks motorrad was entwickelt du kannst damit ja gar nicht nur schnell fahren du bist ja mit dem scheiß lkw da höre ich den guten hass und was hat das für ein sound was soll das ich bin tot aber ich hole mich noch mal rein die katze und der ganze spaß um 8 uhr morgens auf der brücke sind die die Der ist jetzt der andere Ort schon ein bisschen S kaputt, jetzt so weit er schießt. Boah, Sona ist aber auch ein sehr wild, sehr wild. So schnell wie ein R-Shieldbreaker. Gib mir Coms, gib mir Coms hier. Just bad at you. Ey, Frott! Direkt nächste Team, Digga. Lass euch jetzt mal wirklich gesagt sein, wirklich dieses MG 82, das ist so geistesgleich. Ich hab diesen Typ gerade so outgunned, der hatte irgendwie eine L-MP und ich hatte nur eine Platte im Nahkampf. Und er war wirklich nicht mal schlecht. Das schießt so schnell krank. Na, wo ist das Loadout? Ich lande Loadout, ja ich lande Loadout. Wenn das keine L-M-G-Schmiertoten sein wird dieses Season-Bastern. Wir haben genug, äh, wir haben genug für Miki. Das ist so geil. Wir sind einfach ein Nachlademack. Das sind Geeks hier bei mir. Ich komm mit dem Truck auf dem Problem. Ja, ich bin safe tot. Ach, scheiße. Das ist aber gerade erst gelandet. Digga, er ist der Beste da oben. Wurde gestunnt. Wurde gestunnt. Wurde gestunnt. Ja, ich bin tot, wenn der zu hinterm ist. Du bist noch nicht tot. Na, er wird doch, er muss hinter die Mauer erst noch. Nein, ich konnte nicht durch. Er war so ein Geek. Mac, der ruckelt mehr seit dem Update. Weiß ich nicht. Ich hab's gerade gesehen, wie der in den Kopf geplatzt ist von der Hund. Das war aber dieses Mac vom LKW. Echt? What the fuck? Das war ganz, das war ganz merkwürdig. Ich hab ne goldene Gasmaske. Warum hab ich ne goldene Gasmaske? Can, hol mal hier ein paar UFs. Ich hol mal hier den Bounty. Aber jetzt mal ohne Spaß. Also hier Raven, die machen schon eigentlich echt in letzter Zeit, also ist schon wirklich viel besser geworden, ne? So, wenn das vergleichst, zum halben Jahr, auch mit den Patch-Notes und so, mit allem. I got you, my bro. Er ist hier drinnen. Er hat Self-Rev, natürlich hast du Self-Rev. Er ist hier direkt vor mir. One-Shot, one-Shot, one-Shot. One-Shot, ja. Dankeschön. Also Amox ist safe, kommt besser als Doner. Wir haben Aufklärung online. Drona erreicht Einsatzgebiet. Ganz recht. Erinnerst du dich an mich? Killed ihn, bro. Told you. Raw skin. Oh, brother, he's cheating. Er meinte gerade, als ich es gesehen habe, du? Yeah, raw skin. Ich fahre. 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 Wo wollen wir denn hin? Wollen wir da noch irgendwie was annehmen oder so? Ich weiß nicht. Gibt's was? Wir können das hier annehmen. Das wird safe dann zum Shop hier gehen. What the fuck? Warum hat mich das nicht getroffen? Wir hätten eigentlich kaputt sein müssen. Eine Rakete, wir sind tot. Wir hätten ja die große Schlittschöne gehoben. Ich muss kurz hier ein Ding holen. Smeipen von oben. Wie viele sind? Da sind das mehrere. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ein ist einfach von uns. Wenn es mehrere, wären wir eigentlich tot. Ich glaube, ich mache mir gleich eine Kriegklasse. Ja, warte, ich sehe die. Da ist ja. Noch. Er geht hoch, er geht hoch, da bei dem, den du getötet hast Wtf, kind of spongy, that man Jetzt war ja einer da, einer da Was mein xm4, wenn ich jetzt mit der pp eben habe, ist es, weil das wirklich die smg xm4 Soll ich ihm finisher geben, er glaubt, ich krieg karma Alter, wer war er denn, er war einfach Matt, Demon und nicht Damon, what the fk Dem finisher zu geben, wär jetzt eh jetzt nicht so fest Digga, what the fk, du erkennst mich einfach fast Ich glaub, der Matt, der lässt sich keine finisher drücken Das war der komischste win, den ich je geholt hab Digga, Chris, so eine Maschine auch wieder Amex ist wirklich crying, immer noch, du hast genau das selbe, hat sich nichts geändert Ich glaube, das neue LMG, was ich da gesehen habe, ist trotzdem ein bisschen, ne? Beetle von YouTube Video, neue Meta, minus 24.000 fürs Team und win Diese neue LMG, ich kann mir richtig vorstellen, dass das die Meta sein wird Und du Vor allem, weil die auch neu ist, ne? Vor allem, weil die auch neu ist Digga, diese Waffe schießt du, Schild, die hat gar keinen Weg können Das ist aber die Bombe Ich sag euch ganz ehrlich, also der Rucksack, wir reden hier gerade Bei euch beiden nicht über einen irgendwie normalen scheiß E-Spec-Rucksack Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal.